Wollen wir jemanden in den Hintern verscholen? Ist eine Rauferei vorgeschickt? Ergreife die Orks, wenn das nicht erfahren ist. Wo ist der Feind? Wo ist denn der Feind? Ich sehe keinen Feind. Wo sieht denn der hier Feinde? Soll ich hier für Achtung sorgen? Attacke Pinguin. Warum heißt das eigentlich Pinguin? Ich weiß das gar nicht. Ich schicke die einfach mal dahin. Die können krepieren wie sie wollen. Okay. Gut. Jetzt. Was machen wir jetzt? Speichern. Doch euer Wort ist mir Befehl. Mein Freund Robin würde euch zeigen, wo es lang geht. Ja, würde er. Verdammt! Sie prügeln mich! Kommt, schießt mal auf den Bösen. Feuer! Schneller! 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 Ihr sollt nicht in den Turm, ihr sollt den Turm abschießen. Die Nauchen, die sind dort. Die Nauchen, die sind dort. Oh Gott. Ein einzelner Bogenschütze nur noch. Schafft er das? Yo, der schafft das. Der Wahnsinn. Und jetzt schießt er ganz freudig den Typen ab. Na, das ist doch schön. Freu dich, schießt er den Typen ab. Freu dich. Und hier ist alles voller Skelett, Leute. Ach nee, du kannst doch jetzt nicht hier. Ja, lass mal schön das Tor offen, du Typ, du. Lass mal schön das Tor offen. Dann komme ich mal rein und, äh, ne? Dann kontrolliere ich mal das Tor. Was natürlich dann ein mieser Trick ist irgendwie. Hey, mach mal wieder auf. Ich will da rein. Sie kommen aus dem Wald wie die Ameisen. Sie kommen aus dem Wald wie die Ameisen. Sie kommen nur gar nicht aus dem Wald, ne? Ja, genau, mach mal wieder auf. Die kommen doch gar nicht aus dem Wald. Die kommen doch alle aus der Festung. Ich guck mal gerade einmal in der Heimat, was denn hier abgeht. Sie verprügeln mich? Sie verprügeln mich? Was soll das denn heißen? Zu den Waffen, ihr Bauern. Der Feind ist nahe. Der Feind ist nahe. Los, erhitzen wir das Eisen. So. Jetzt gibt's wieder auf Deckel hier. Na, komm schon. Automatische Speicherung. Du nervst automatische Speicherung. So. Attacke. Und wieder zurück. Wo sind wir denn hier? Da ist unser Bogenschütze. Der Bogenschütze. Der jetzt in das gegnerische Turm-Dings kommt. Muhaha. Ja, Leute. Prügelt auf euer eigenes Tor ein. Ihr Überidioten, ihr. Ist auch nicht sonderlich schlau von euch. Den da. Den will ich töten. Der Feind macht da sich raus. Der Feind macht da sich raus. Nicht viel, was? Na, wie lange soll denn die Schote jetzt noch gehen? Entweder bis mein Typik tot ist. Oder wahrscheinlicher, bis die ihr eigenes Tor zerstört haben. Die Trottel. Bis die ihr eigenes Tor zerstört haben, nämlich. Ist auch so übelst intelligent von denen. Tja, ne? Gucken wir mal. Wo sind denn unsere Axtschwinger? Herr und Frau Axtschwinger. Oder Herr und Herr Axtschwinger. Wie auch immer. Bauen. Oder zerstören. Ja, schon wieder. Schon wieder sollst du mal arbeiten. Statt immer nur blöd in der Gegend rumzustehen. Wenn du wirklich sonst Käffchen trinken würdest. Aber nicht mal einen Tee trinkst du. Wo seid ihr beiden denn? Da seid ihr beiden. Die Axt juckt mich. Es nähert sich wohl jemand. Schnell. Dann bau schneller. Bau schneller, bau schneller, bau schneller. Na klar. Na klar. Ach, untrunk wäre nicht schlecht. Jo, wir schaffen das. So. Ihr geht jetzt da rein und haut den noch ein bisschen auf den Dez. Das geht's nämlich ordentlich auf dem Deckel. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche glaube ich noch Bogenschützen. Wenn ich das mal grob so einschätzen darf. Wer jetzt da wen erschlägt, ist mir relativ egal. Weil die Soldaten sind ja alle ersetzlich. Zumindest hier in dem Spiel. Autsch. Also ich brauche Bogenschützen. Habe ich zufällig hier Bogenschützen? Die mir jetzt irgendwie sofort weiterhelfen könnten. Jo. Ein einsamer Bogenschütze. Ne, zwei einsame Bogenschützen. Ne, drei einsame Bogenschützen. Oh. Und einer von den Kameraden. Und Polit. Was das auch immer heißen soll. Polit. Es ist eine große Ehre verletzt zu werden. Gehen wir mal ein paar Hexen abschießen. Dann wird das schon zum Ego-Hexen-Shooter. Was auch immer. Wäre es nicht besser, Ars zu schießen? Ars zu schießen. Ne. Jo. Alles sauber niedergemetzelt hier. Ich spanne schon die Sehne, fokussiere die Feilspitze, sehe den Feind und schieße und genieße. Ja. So viel dazu. So viel dazu. So. Wo sind meine Kameraden hier? Leute. Wo seid ihr? Kommt ihr gelaufen? Ja. Wunderbar. Lümpenkerle. Ihr denkt wohl, ihr kommt ungeschörend davon. Ungeschörend davon. Genau. Ne. Ihr sollt auf Hexen schießen. Wie sagt man das im Ausland? Sehr. Wo ist denn die Hexe jetzt hin? Die sich verpieselt. Komm. Ich schieße treffsicher ins Ziel. Doch der Feind muss sich da reißen striehen. Mach mal die Hexe tot. Schade um die Zeit. Machen wir uns ans Werk. Hier war doch aber irgendwo noch eine Hexe. Hier war doch... Da ist noch eine Hexe. Noch so eine blöde Kuh. Und der... Jawoll. So sieht's aus. Fidralala. Hihihihihi. Hihihihi und hohohoho. Und hehehe auch manchmal. Hier sind aber nirgendwo... Nö. Keinerlei... Leute. Keinerlei Gegner. Alle Mann hier. Nö. Eigentlich nicht. In nächster Zeit. Aber... Du kannst dich gerne mal ein bisschen mit den... Ja was? Moment mal. Ne. Du wirst jetzt verfeuert. Ne. Du gehst jetzt zum Gegner und lässt dich ruhig töten. Aber nimm möglichst viele Skelette mit in den Tod. Das wäre nett von dir. Ich guck euch dabei auch mal zu. Ausnahmsweise. Und dann schick ich Siggi mal ins gegnerische Lager. Der muss dann ja mal nach unten gehen und mal ein bisschen auf dem kleinen Ort rumklöppeln. Der Schlag soll mich treffen. Sie kommen. Wer rastet der rostet. Wer rastet der rostet. Wer rastet der rostet. Immer dieser Standardspruch. Unverzüglich. 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 Das sagt heutzutage auch keiner mehr oder? Unverzüglich. Meine... Voll die mittelalterliche Sprache ne. Achso. Ich dachte gerade Siggi würde von Bogenschützen angegriffen. Aber es sind ja hier... Oh ja. Diese Bogenschützen. Meine Bogenschützen. Muhaha. So. Komm. Komm. Da. Unverzüglich. Schnell, schnell. Fang das Skelett ab. So. Gehen wir erstmal gucken ob wir hier noch Gegner finden. Oder haben meine Sperrwerfer etc. pp. alles von außen geschafft. Das sieht gut aus. Kitzelt. Der zweite tötet weh. Und der dritte tötet. Und der dritte tötet. Früher in Frieden. Früher in Frieden. Ja. Das würde ich auch mal sagen ne. Das ist der Feind. Das ist der Feind. Alter wo kommst du denn her? Wo haben sie dich denn ausgebildet? Und von welcher Milch haben die dich ausgebildet? Das ist eigentlich seltsam ne. Das Milch als Währung dient. Obwohl. Früher haben ja Eier, Milch, vielleicht auch Fleisch. Also. Entschuldigung. Also Kühe, Schweine, was auch immer. Haben doch früher als Währung gedient. Also Tausch halt ne. Im Tausch. War das so. Aber hier. Bezahle ich ja richtig mit Milch. Das ist ja sogar fast seltsam. So. Gehen wir mal grad gucken. Noch jemand neues hier? Ne. Habe ich jetzt genug Energie um mal hier. Was zu kaufen? Ne. Habe ich natürlich nicht. Ne. Ich kann ja nicht mal. Ho. Zu Diensten. Ho. Boah. Ich kann ja gerade nicht mal nen. 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 Krieger ausbilden. Wo ich das eigentlich gern tun würde. So. Greifen wir mal an. Aufspießen. Aufspießen. Hoho. Ich werde es nicht beschmähen. Ah. Ja. Ah. Uh. Wieso werden wir jetzt wieder angegriffen? Natürlich. Natürlich. Oh oh. Ja. Hoffentlich geht das Ganze hier noch. Bei meinen Ahnen. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Du einer krepierst doch hundertprozentig. Du einer arme. Du armes Würstchen du. Aber das war mir irgendwie klar, dass du krepierst. Oh. Da vorne kommt die Höhle. Das geht relativ schnell, diese Gebäude zu zerstören, wenn man dann auch die passenden Leute hat. Und Bogenschützen und Speerwerfer und ein Ritter scheinen die richtigen genug Leute zu sein. Seltsam. Übrigens. Ich finde es faszinierend, dass die Verteidigung des Dorfes so einfach ist. Und außerdem Milch bekommt man einfach immer dadurch, dass man immer nur, immer neue Kühe produziert. Aber. Hier. Och. Wo bin ich denn jetzt? Die Kühe könnten auch mal ein bisschen schneller gemolken werden, finde ich. Warum ist denn hier eine Blockade? Wo ist das Problem? Hier, geh mal weg, du Kuh, du. Völlig egal wohin. Aber es geht nicht weiter, weil die Kühe einfach blockiert wurden. Was ist das denn? Unglaubliche Sache. Ja, jetzt entlädt sich die Kuh auch mal. So, du wirst jetzt auch gemolken, ne? Genau. Ja, jetzt geht's endlich wieder voran. Ist ja unglaublich. Das ging nicht voran, ging das? Wo ist denn hier der Holzfäller? Hier müssen noch mehr Holzfäller sein, oder? Sie verprügeln mich. Sie verprügeln mich. Sie verprügeln mich. Ist denn nur noch ein Holzfäller im Dorf? Ist doch nicht möglich. Nur ein Holzfäller im Dorf. Ist ja verrückt. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Du sollst hier erstmal das Gebäude reparieren. So. Reparier mal. Irritierend ist, dass die auch teilweise die blaue Farbe haben hier. So. Und zurück zu Sigi. Werden wir den Verrätern die stieren? Den Verrätern? Welchen Verräter? Wir werden es vollbringen. Natürlich werden wir es vollbringen. Ich sehe die räudigen Hunde. Ich speichere mal gerade, während der Zauberer seinen Zauberstab hebt, um uns abzuschießen. Und gut. Schnell, 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 schnell. Bam. Verdammt. Mach ihn platt. Wir werden euch zusetzen. Fidralala. Fidralala. Wir zerstören gegnerische Gebäude. Tralalala. 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 Und tralalala. Und immer schön weiter Krieger ausbilden. Was ja jetzt wieder geht, weil der Milchstau, der Kuhstau ist ja jetzt weg. Und die Krieger dann auch immer schön opfern an der Tür. Flieg weg, Kleine. Was soll das denn wieder heißen? Oh. Ein schwarzer Fleck ist ja übrig geblieben. Oder war das Rauch? Keine Ahnung. Na, wer ist denn da? Noch eine Priesterin. Eine Priesterin, die jetzt erstmal aufs Maul bekommt. Schaschlik aus Dänen. Du willst aus Dänen Schaschlik machen? Ich weiß nicht, ob das gekauft wird. Schwer verletzt geben wir nicht auf. Und hier ist jetzt Ende? Scheint so. Obwohl. Habe ich da eine Palisade gesehen? Nee. Da komme ich nicht rüber. Ich dachte, da könnte ich auch wieder mit einer Brücke rüber gehen. Das wäre ja auch mal lustig gewesen. Bis an den Griff. Bis an den Griff? Was? Bis an den Griff? Oh ja. Ihr Kollegen schafft das hier doch jetzt alleine, ne? Der rostet. Ich gehe mal nach unten. Ich gehe mal nach unten. Speichern. Ich gehe mal nach unten in den Dungeon. Und krall mir mal das verdammte Kleinod, um es kaputt zu machen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So. Down there, please. Was erwartet uns jetzt? Zu den Waffen. Der Feind kommt. Ei. Karamba. Ei. Karamba. Wir zerteilen euch. Stück für Stück. Stück für Stück. Das Schwert wird schartig. Aber wir ergeben uns nicht. Tatsächlich. Zing. Haha. Da wurde der Typ von einem Dolch erdolcht. Was logisch klingt, oder? Bei unserer Ehre. Wir sollen um Hilfe winseln. Mach's kaputt. Was du kaputt machst, musst du zwar wieder heile machen, aber mach trotzdem kaputt. Der wahre Ritter ruft nicht um Hilfe. Und zack. So. Einmal den blauen Pilz geraucht. Schaut her, ihr Mannen. Der Feind rückt näher. Tropf, 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 tropf. Macht es da. Tropf, tropf. Es scheint ziemlich feucht in diesen Höhlen zu sein. Obwohl überall Feuer brennt und Statuen und so. Scheint das relativ feucht zu sein, so wie es immer tropft. Eine sehr feuchte Angelegenheit in diesen Dungeons. Gegner. Oh. Mehrere Gegner. Ei. Arbeit für unseren glorreichen Sieg. Wer schießt und wenn, warum? Und eins. Und zwei. Ah. Die schießen. Die schießen. Ich dachte, das wäre jetzt ein normaler, so ein Zauberer gewesen. Krepiert, ihr Schurken. Das Schwert wird schartig. Aber wir ergeben uns nicht. An die Arbeit für unseren glorreichen Sieg. Wir zerteilen euch. Stück für...